Braucht man noch was? Guten Morgen! Es ist 6 Uhr in der Früh. Das Wetter sieht gar nicht so prickelnd aus. Nutzt nichts. Wir müssen nach Italien fahren. Egal ob es regnet oder nicht. Ja. Hi. Warum hat der McDonalds geschlossen? Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt fängt es gar nicht gleich an regnen. Ich muss die GoPro einpacken. Ah shit. Thomas es fängt an regnen. Es ist wirklich arschkalt. Wir fahren jetzt nach Brunneck. Nach dem Brunneck müssen wir dann irgendwo rechts abbiegen. Jetzt fahren wir einfach weiter Richtung Süden und hoffen dass es wärmer wird. Was mir in Italien sofort auffällt ist dass die Straße alles andere als gerade ist. Also ja. Hier sind Bodenwellen ohne Ende. Also mein Helm wackelt irgendwie die ganze Zeit so. Das ist eigentlich nicht so. Ja die Sonne zeigt sich auch mal. Jetzt hier ist schon blauer Himmel zu sehen. Ist ja ca. Ist ja interessant. Jetzticios. Also sein Spiel, zwischen die kommt. Slow. Slow. Ich wundere, wie das ist. Ich wundere, wie das ist. Ich wundere, wie ein guter Kaffee. 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 Super, danke. Danke, ciao. Das war jetzt nett. Das war tot. Das ist wahnsinn. Das ist her. Hier kostet der Liter 1,60 Euro. 1,60 Euro. Was sind das für Preise? Unverschämtheit. Ne? Hur's! Achso. 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 Achso zfff. Wunderschön! Oh mein Gott, die Aussicht ist echt gigantisch! Richtig geil! Thomas macht auch grad seinen Vlog. Das ist bis jetzt einer der besten Schreckchen, die ich hier gefahren bin. Das ist bis jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott, mein Arsch tut so weh, aber wir haben nur noch ungefähr eine Viertelstunde zu fahren, also das halten wir noch durch. Jesolo, citta di Jesolo, wir haben es geschafft! Ah, die Sonne brennt! Was zum Teufel ist hier los? WTF? Das ist nicht normal, glaube ich. Wir sind endlich da! So, die letzten paar Meter zum Hotel. Wir sind da! Ich kann es gar nicht glauben! Geile Scheiße! Wir haben es geschafft!